So, dann bin ich wohl. Dann bin ich wohl. Dürft ihr mir schon für euch einen Ausweis haben? Dann bin ich wohl. Danke. Wollen Sie beide in Basel? Ja. In Basel. Sind Sie ja privat unterwegs? Ja. Wir haben schon mal die Baustelle gesehen. Die Baustelle? Wir haben das Theater mitgekommen. Ja. Wir befinden sich hier in einer polisierlichen Spärzau. Das ist aber nicht als solches. Es ist nicht als solches signalisiert, aber wir haben den Auftrag zu mögen, was wir immer noch mit Aktivitäten rechnen. Und einer wird auch noch wachgehalten? Ja, ja. Sehr gut. Wir wären gerne zuhause, oder? Ja. Wir haben den Fähler. Ja. Ist das alles in Ordnung? Nein, nein. Alles in Ordnung. Ähm. Wären wir jetzt noch klassifiziert? Nach was? Wären wir noch irgendwo eingetragen? Nein. Das ist nur für uns. Dass wir wissen, wie er durch ist. Wie fehlt er? Ja. Ist jetzt alles gefällt hier? Nein, das ist einfach alles in Ordnung. Und die, die jetzt hier unten stehen, die bleiben auch vor? Die bleiben alle, ja. Es ist nur das, was hier oben gefällt worden ist, und das, was hier unten ist. Das ist nur die Brückverbindung? Ja. Und der eine, die sind noch mehr gesehen? Nein. Nein. Da sollte es irgendwo immer hier durchsetzen. Wahrscheinlich eine Dünne oder eine Strasse. Aber das ist der breitste deutsche Boden. Und das geht uns an und für sich nicht mehr an. Ich weiss nicht, wie wir es die Deutschen dann anschauen. Hm. Okay. Aber das, was mir gefällt hat müssen, und das umstritten war, das ist dumm. Das hat man aber gehört. Also nicht wirklich viel gesehen? Nein, wirklich viel ist es eben nicht so. Alles aus dem Motto. Da war ein bisschen Eier. Ja. Ja.